Geßburg, 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 Geßburg Sankt Margareten, eine idyllische Gemeinde im Nordburgenland. Hier regiert noch Wein, Weib und Gesang. Geßburg, 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 Geßburg So bereiten sich zahlreiche begnadete Sänger vor, um mit ihrem Chor bei der großen Chance der Margareta-Chöre den Titel zu holen. Ob es dieser Chor ins Finale schafft, wir wissen es nicht. Aber Sie können es erfahren. Seien Sie dabei, wenn es am 24. und 25. November im Haus Britannien von Sankt Margareten wieder heißt, Singing Catherine. You rose again on high You opened the way For the world to live again Hallelujah For all you die Girl Jens B Untertitelung des ZDF für funk, 2017